Äh, warum ist da verbeult? Wo verbeult? Wer ist verbeult? Was hast du wieder kaputt gemacht? Auf der... Ich hab nix kaputt gemacht. Ja, bestimmt. Das sollst du gewesen sein. Ich hab Essen gemacht. Ja, merkst du was? Mach mal was Produktives. Essen ist nicht produktiv, oder was? Nicht so. Das ist anders produktiv. Anders produktiv. Was soll ich denn dazu jetzt sagen? Ich will auch einen Jäger haben. Warum hier einen Jäger? Du bist der Ingenieur hier. Wir haben nicht mal genug Materialien, um am Schiff weiterzubauen. Warum? Wir haben nicht ein Gramm Silizium auf dem Schiff. Ja, warum nicht? Deswegen sind wir hier auf Pertum. Kannst du... Kannst du dich erinnern? So gestern? Ähm. Nein, kannst du nicht. Vielleicht? Ja. Sollen wir vielleicht mal zur Oberfläche fliegen und gucken, ob wir... Vielleicht hab ich dir aber auch einfach nicht zugehört. Ähm. Aber... Ja, vielleicht sollten wir zur Oberfläche fliegen. Gut. In der Hoffnung, dass wir auf Pertum fliegen können. Oder wir holen uns das Space Pirate-Schiff. Was da... Wir haben einen Fighter. Ich weiß nicht, ob der dem gewachsen ist. Finden wir dann raus? Weiß nicht, ob ich das rausfinden will, weil das Teil ist riesig. Ach so. Ich hab nur ein Problem. Was wäre? Ich fürchte, wenn wir landen, machen wir den Turm kaputt, der unten drunter hängt. Da fängt man gerade auf, wir vermissen einen Turm. Es fehlt einer. Äh. Äh, nee, machen wir nicht. Wir haben ja neue Landefüße. Äh. Ich weiß, wie du fliegst. Ey. Lass mich mal überraschen. Wenn du ihn kaputt machst, reparierst du ihn. Äh. Sonnige Seite? Äh. Ja. Klingt vernünftig. Sitzt du? Ja. Oh ja, das Ding ist riesig. Aber das sieht nicht so aus, als wenn das viele Waffen hat. Trotzdem. Jetzt ist es weg. Ja. Wir bewegen uns auch mit einem Kilometer pro Sekunde. Okay. Auch wenn mein Hat zu dämlich ist, uns mir irgendwas anzuzeigen. Nein, hat nicht. Hä, was? Äh, alles gut. Hey. Ich hatte nur gehofft, dass wir vielleicht eine Karte haben. Aber, Ernstkarte, was wir hier so finden. Äh, haben wir im rechten Hangar hinten. Äh, ja. Merkst du was? Da werde ich jetzt bestimmt nicht hingehen. Noch zweieinhalbtausend Meter bis zum Boden. Ja. Ich hätte gerne eine schöne flache Stelle. Das war zu tief. Zu tief? Naja, der Sprungantrieb ist aus. Nee, nee. Den habe ich ausgemacht. Ah. Willst du wirklich hier landen? Äh, weiß ich noch nicht. Okay, irgendwas stimmt mit meinem Hut nicht. Ich sehe nicht, dass wir springen. Wir springen auch nicht. Nee, auch wenn wir springen. Jetzt zum Beispiel. Äh, du solltest vielleicht nach oben ziehen, sonst rauschen wir in Planeten rein. Weil 800 Meter über dem Boden, das, äh... Gut. Äh, sag wohin, da mein Hut gerade dumm tut. Ja, ich guck mich mal um. Gott. Das ist eine Wüste. Ja. Und ich sehe nicht ein Ressourcenvorkommen irgendwie. Oh. Äh, Space Pirates Storage Module. Okay. Ich, äh... Also die sind hier. Gut zu wissen. Ich sehe allerdings auch keine Ressourcenvorkommen. Zumindest keine oberflächlichen. Ja. Wie ist denn hier an den Klippen? Huch. Ja, äh, ich sehe irgendwas. Irgendwas? Oh ja, unter uns. Wir haben nur noch keinen Weg vernünftig runter vom Schiff. Das ist vollkommen korrekt. Äh, Kupfer. Kupfer. Eisen. Ja, wir bräuchten ein bisschen Silizium. Mehr Eisen. Ja. Vielleicht mal auf der Höhe ein bisschen weiter fliegen. Mal gucken, ob wir Silizium finden und da dann landen. Das wäre jetzt mein Gedanke, ja. Oh, Silizium. Oh, Silizium. Yay. Dann werde ich doch da mal eine Landung versuchen. Ähm, ich soll den Fußweg aufs Dach haben. Äh, ja, solltest du. Wir sollten Fußweg runter haben. Und hoch. Ja. Gucken wir mal, ob wir das Monstrum hier geparkt kriegen. Wie gesagt, machst du den Turm kaputt, reparierst du ihn. Das ist okay. Oh, okay. Wir sind mit den hinteren Landefüßen verriegelt, mit dem vorderen nicht. Aber egal. Wir sind verriegelt. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt gucken, wie ich irgendwie aufs Dach komme, zum Miner. Ja. Ich lass mir mal was einfallen. Was ist, wenn wir vorerst einfach ein paar Leitern hinmachen? Bin ich gerade dabei. Da ist ja auch verbeult. Wo? Da. Hier, direkt über mir. Gar nicht. Jetzt nicht mehr. Ich war's nicht. Das sag ich ja auch gar nicht. Oh. Ja. Unser Jetpack ist, äh... Auch hier komplett... Oh, ich seh gerade erst... Wir haben hier ein bisschen mehr Gravitation wie zu Hause. Oh, ja. Hä? 0,1 G mehr. Wow. Was zum Henker? Auf uns wird geschossen. Au, 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 au. Au, au. Wir haben keine Verteidigungsmöglichkeit. Oh, au, au. Nee. Auf mich anzuflexen. Wo ist der andere, der schießt? Ich höre ihn, aber ich seh ihn nicht. Da. Nein, das war nicht der, der schießt. Ja, aber der da oben. Jetzt nicht mehr. Ah, Mann. Wir brauchen ein paar interne Geschütze am Schiff. Ja, kümmere dich mal drum. Äh, sobald wir wieder hochkommen. Worum ich mich gerade kümmer. Auf wen schießt du? Auf den Bot, der hier rumläuft. Hey! Wo schießt es? Ich weiß es nicht. Oh, mein Gott. Ich seh's. Aber weg. Zwei weg. Oh, Mann. Okay, wir können hier nicht allzu lange bleiben. Aufsichtslos. Ähm. S-C-R-P Unidentified Relic? Ja. Ja, derelict. Unidentified. Derelict. Das muss ja... Okay. Alte Dinge sind alt. Und so. Ja, genau. Aber der Planet sieht auch so aus, als ob er mal bewohnbar war. Ja. Ich muss mich erst mal heilen. Ja, könnte ich auch. Oh, Mann. Okay. Okay. Also, wir wissen, wir sind nicht erwünscht. Äh. Obwohl ich zugegebenermaßen eigentlich nichts anderes erwartet hab. Ja. Ich tatsächlich auch nicht. So, du kommst zumindest schon mal hoch. Kommst du an das Cockpit ran? Nein, noch nicht. Doch, komm ich. Doch, doch. Bin drin. Okay. Das heißt, ich hole ein bisschen Silizium. So, das? Die Frage ist, bleiben wir hier wirklich lang? Oder willst du hier noch irgendwas ansehen? Also? Ich würde mir tatsächlich gerne den Planeten einmal ansehen. So rundherum und so. Okay. Neugierig. Immerhin einer von uns. Okay. Der Miner ist nicht für 1,2G gebaut. Oje. Also voll machen kann ich ihn nicht, aber das ist bei Silizium ja theoretisch nicht nötig. Normalerweise nicht. Äh. Oje. Unsere Raffinerien arbeiten halt immer noch. Jaja, ich weiß. Wir haben ja aber auch so viel geholt. Ich glaub, das wird noch eine Weile dauern, bis die fertig sind. Wahrscheinlich. Okay. Ich hab Silizium besorgt. Yay. Das heißt, äh, weiterfliegen. Würde ich vorschlagen, ja. Gut. Ähm. Wie heißen unsere Landefüße? Magnetic Plate? Find ich nicht. Prometheus Large Magnetic Plate. Und die zufällig schon in einer Gruppe. Wahrscheinlich nicht. Nö, ich mach mal eine Gruppe. Äh, doch, es gibt eine Gruppe Prometheus Landing Gears. Ja, doch, da sind die drei drin. Ah, okay. Moment. Dann hab ich vielleicht noch schon eine Gruppe gemacht. Okay. Entriegeln. Und nicht mehr starten. Weil? Wir kommen nicht mehr vom Boden weg. Ja, weil jetzt, weil sich wieder welche verriegelt haben. Ich, äh, anlocke. Drei. Zwei. Eins. Jetzt. Okay. Wir kommen nicht vom Boden hoch. Wir sind zu schwer. Wir sind zu schwer. Wir sind nur 200, 150 Tonnen schwerer als vorher. Okay. Hey, das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Wir brauchen mehr Triebwerke. Wollte ich gerade sagen. Wir haben aber hoffentlich... Ach, können wir schon Triebwerkskomponenten herstellen. Wir haben Platin. Also, hoffentlich? Wir haben keinen Titan. Echt jetzt? Echt jetzt. Okay, das heißt zusätzlichen Wasserstoffboost. Ja. Wie viel Wasserstoff haben wir? Ähm... Dürfte fast halb voll sein. Zum Starten reicht's. Das wird aber nicht lange reichen. Ich weiß noch nicht, wo gerade. Wohl doch, weiß ich. Ich muss gerade gucken, wo wir Triebwerke drunter kriegen. Lass mich mal runter. Haben wir auf dem Mittelgang irgendwo hier. Hier. Okay. Da haben wir keinen Cargoport. Wir haben nicht viele Cargoports unten. Das ist richtig. Reichen drei große Triebwerke? Willst du echt Wasserstofftriebwerke bauen? Wollst du doch, oder nicht? Ach so, du... Ich hätte Hydrazin-Triebwerke gebaut. Ja. Ich könnte hier hinten... Ähm... Ja, hier hat's. Okay. Warte mal. Ich glaube nicht, dass wir viel brauchen. Hier neben... Unter unseren Boost-Triebwerken. Da sind schon drei Cargoports. Im Grunde müssen wir nur die drei unteren Boost-Triebwerke wegreißen. Und dann können wir da erweitern. Dann würde ich da schon sechs Stück unterkriegen. Ja, und die Boost-Triebwerke müssen sowieso weg, weil die im Weg werden. Wollte ich gerade sagen. Die müssen ja eh woanders hin. Dann machen wir halt ein... Dann reise ich hier mal die Boost-Triebwerke weg. Machen wir halt mal ein Cluster-Lift-Triebwerke drunter. Was machen wir? Sechs oder gleich neun? Gleich neun. Wir werden eh noch mehr brauchen, aber... Vielleicht reichen... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Dann fange ich mal hier oben an, die zu bauen. Ja, nur an drei kommen wir so nicht ran, aber das mache ich von unten. Ja, die kannst du ja von unten. Wir haben ja immerhin Cargoports unten. Haben wir? Ach ja, stimmt, haben wir. Turrets. Ich bin so froh, dass wir das haben. Das ist mir... Und die Höhe ist übrigens perfekt mit den Landefüßen. Muss man auch mal gesagt haben. Ich hoffe, den mittleren hast du zuerst gemacht. Den habe ich zuerst gemacht, ja. Ähm... Da geht's wieder hoch. Das auch. Dann versuchen wir das nochmal. Äh... Ne, da kommt man auch hoch. Ich bin da. Ja. Wollte nur sicher gehen, dass ich dir die Tür nicht vor der Nase zugemacht habe. Ja, wird schon. Dann, äh... Äh, ich... Anlocke. Schwerfällig der... Vogel. Wir haben fast 4000 Tonnen. Naja. Komm schon, noch ein bisschen höher. Noch ein bisschen höher. Wir haben Schrott auf dem Schiff. Ja Gleich nicht mehr Mein Hut funktioniert übrigens wieder Ja, schön Das war ein sehr schneller Flug Ja, ich war zu nah am Boden Hab ich festgestellt Ich hab das Sicherheitssystem so eingestellt, dass es unter 200 Metern stoppt Okay Oder waren es vielleicht doch unter 300 Das kann auch sein, dass es unter 300 waren Komm schon Ach, das ist doch Vielleicht solltest du auf 400 Meter steigen Ja, das Problem ist Ich hab das an einem Hang probiert Das heißt, jedes Mal, wenn wir gerade ausgeflogen sind, kamen wir wieder unter die 300 Ja, ja Das hab ich gesehen, ja Jetzt sind's 500 Ja Ich fliege einfach mal der Sonne entgegen Ja, mach das 1600 Meter Flughöhe Sollte reichen Stellenweise dann deutlich drunter Ja, weil Wenn du irgendwas siehst, was du unbedingt angucken willst, gib Bescheid Aber für mich sieht der Planet leer aus Ja, er sieht tatsächlich sehr leer aus Äh, wir haben ständig Rack Detector Pings Ja, vor allem ist unsere Alarmanlage gerade losgegangen Was? Was zum Teufel Ich hab keine Ahnung Strong Signal Hendricks Mine Okay, hier hat's alte Mienen Aber Ich weiß nicht, ob die für uns interessant sind Hm Na, ich weiß es nicht Schon wieder ne Wüste Uh, ein Canyon Würde ich vermuten, dass es hier doch mal Der ziemlich tief aussieht Ja Dass es hier doch mal Wasser auf dem Planeten gab Ja, wenn ich mir die Das Seebett da rechts Links so angucke Ach, da Tatsache Das könnte ein See gewesen sein Das ist richtig Der Schatten unseres Schiffes ist auch Einzigartig Ja Betonung liegt auf einzigartig Ja Hm Ups Äh Wenigstens irgendwas, wo wir noch Humor drin sehen Ja Pew Wir sind mit einem Kilometer pro Sekunde unterwegs Ja Hast du dir zufällig das Silizium markiert? Nö Warum? Wüssten wir, wann wir einmal rum sind Oh Ja, stimmt Naja, wir waren aber Ich setz mal hier ein GPS Vor der Sonne Ist auch egal Und jetzt Äh, sind wir hinter der Sonne Also Ja Ich versuche immer so in Richtung Nordwesten zu fliegen Grob Grob Ja, das Das klingt nach einem Plan Hey Du hast gerade Hey, warum beschleunigst du? Ich Was? Oh Wollte ich gar nicht Du kannst auch beschleunigen Ja Okay Das ist ein bisschen blöd, wenn wir plötzlich dreimal so schnell fliegen und ich das nicht kommen sehen habe Hm, okay, gut zu wissen Es wird dunkel Ja Die Sonne haben wir jetzt, äh, deutlich überholt Ja Mehr Canyons Deutlich mehr Canyons Und Das sieht mehr wie ein Flussdelta aus Ja, könnte Ja, das sieht mehr aus, als ob das hier mal ein Ozean war War Betonung liegt auf war Ja Ich will nach Nordwesten Achso Äh, wenn ich die ganze Zeit nach Nordwesten fliege Dann bin ich ja irgendwann einmal Dann fliege ich im Kreis Ja Du solltest vielleicht möglichst geradeaus fliegen Ja Still hier Ja, äußerst Das ist aber insgesamt Dieses System scheint nicht aktiv bewohnt zu sein Bis aufs All Immer alles die Hölle los Ja Gebirgskette Nicht reinkrachen Habe ich nicht vor Wir sehen unseren Heimatplaneten wieder Wir sind jetzt einmal fast rum Was hältst du davon, wenn wir uns weiter Richtung Südosten halten? Südosten Südosten Du meinst in die Richtung So in die Richtung, ja Ja Ja, dann fliegen wir im Grunde im 90 Grad Winkel Noch eine Runde Ja, genau Und sollten wir das Gröbste Abgesucht haben? Ja Ja, schon Wenn wir dann nichts haben Ja, dann weiter Und gucken, wenn wir irgendwo einen Planeten finden, auf dem es Titanen gibt Sollten wir das vielleicht holen Ja, vielleicht gibt es ja hier auch Titanen Äh, das weiß ich leider nicht Ich fliege übrigens möglichst die ganze Zeit geradeaus Ja Mal rechts Oder links über das Flussdelta rüber Hier Hier Irgendwas, ja So in die Richtung, genau Vielleicht nicht so Vielleicht versteckt sich da auch nichts Hm Hm Das ist ein langweiliger Plan Voll Hier geht genau gar nichts Oh Crash Sites Ah, und das hier sieht auch aus wie ein Fluss Das ist ja Großer See Frisch wollte ich nicht fliegen Haha Vielleicht sollten wir auch mal langsam stoppen, weil Die Ah, 32 Prozent Warum hast du so einen Rechtsstrahl? Keine Ahnung Lieg doch mal nach links Ja, da kommen wir ja her Ja, aber auch Scheinbar gibt es hier nichts Scheinbar nicht Das ist Faszinierend Ja, es hat Vielleicht sollten wir mal Ja Unsere Unsere Anzeige gucken Die uns sagt, dass ob es hier Titan gibt Guter Plan Moment, ich fliege mal kurz ein bisschen höher Dann ist es für unsere Triebwerke einfacher in der Luft zu bleiben Dann können wir mal gucken gehen Ich gehe mal nach hinten Titan soll es hier geben Titan soll es hier geben Na gut Dann sitzt du wieder Ja, ich sitze wieder Na Fliegen wir mal wieder ein bisschen näher an den Boden Und gucken nach ein bisschen Titan Flieg doch einfach mal stumpf in die Richtung In welche? Geradeaus Okay Vielleicht ein bisschen höher Und dann ist wir ein bisschen mehr Oder flieg mal Ja Richtung Norden könnte vielleicht Besser sein Oder? Ja, oder andere Richtung Äh Wir haben ein schweres Schiff Ja, ist richtig Die Richtung Äh, ja Plus der da ja nochmal wieder Das zum Beispiel Da könnte es mehr Ressourcen geben Hier Ja Ressourcenvorkommen Süden Süden Kalten Ah, Meereisen Meereisen Du meinst zwar in die Mitte des Ozeans Ja Wenn das mal ein Ozean gewesen ist Ja Oh, ich brauche was zu trinken Aluminium Aber ja Hier hat es mehr vorkommen Silizium Der WTT Control Crash Sight has been detected What? Ja, das hat er jetzt schon öfterhin gezeigt Eisen Äh Bisschen Nah am Boden Bisschen knapp Äh So knapp, dass ich gerade den Baum abgeräumt habe Äh, ja Okay Kann man mal machen Eisen Eisen Ist halt auch die Frage Wie tief ist das Äh Titan unter der Erde Das ist richtig Hier hat es zwei Vielleicht Größere vorkommen Moment Ja Ansehen Nickel Kupfer Rims Eisen Meereisen Wow Vielleicht wäre es besser Wenn wir hier irgendwo landen Und ein Bodenfahrzeug bauen Und damit Platin Äh Titan So Ich sehe das Vielleicht etwas Energie Momentan eher Dass wir Weide Strecken gehen müssen Um was zu finden Das ist richtig Aber wenn wir mit dem Bodenfahrzeug was finden Können wir das dann ja anfliegen Titan Titan Wow Ja, ich bin mit der Idee zu landen Bin ich okay Ja Jetzt wo wir Titan haben Wir sind verriegelt Dann besorgen wir mal Nein Besorgen wir nicht Ich werde was essen und was trinken Das solltest du vielleicht Das finde ich einen guten Plan Ich muss viele Plätze dafür haben Meiste ist Halbe Panzerungsblöcke Und da passt nicht Da wo ich gerne noch welche hätte Ja, halbe Panzerungsblöcke Ja, ist halt Ein bisschen Nachteil dafür, ja Komm her Titan I need you WTTS Transport Wait Der bewegt sich Also nicht alles auf diesem Planeten ist tot Oh Ich hab ne Idee Dazu muss ich aber erst gucken Ob wir dafür die Rohstoffe haben Könnte das Schiff was beschleunigen und anheben angeht Eventuell ein klein wenig agiler machen Moment Gib mir einen Moment Wir sind ja momentan sowieso gelandet Also Wie viele darf Warum stellen wir keine MR50 Magazine her? Weil die Assembler komplett überfordert sind Wir keinen Flashpowder haben Und kein Messing Und für Messing brauchen wir Zink Das wir nicht haben Haben wir keinen Zink? Glaube nicht Lass mich gucken Warum haben wir keinen Zink? Das weiß ich nicht Warum haben wir keinen Zink? Weil das Magnesium nicht raffiniert Weil die Raffinerien Platin machen Nein Titan Oder Titan Ja Weil wir im Moment Titan benötigen Da war irgendwas 2,53 Kilometer nah dran Ja Das Signal ist gerade erloschen Okay Flashpowder Was brauchen wir hier für? Chlorin und Potassium Okay WTTS Kuba Und die kommt näher 2,4 Die war bis auf 2,3 Kilometer ran Wir können kein Chlorin herstellen Weil? Wir kein Eis haben Oh Die Q da kommt Schnell näher Ja Unsere Waffen sollten das schon Sollten das schon machen So Jetzt lass mich Trotzdem Du bringst mich durcheinander Ich frage mich nur Warum unser Alarmsystem nicht aus Das hatte vorhin ausgelöst 48 Wären wir dazu in der Lage 1 für Lift 1 für Buoni Oder einfach 2 für Lift Statt den Hydrazin-Triebwerk Hm Würde uns das Fliegen einfahren Vielleicht Mein Hirn arbeitet Wenn wir es schaffen könnten 64 Fusionsspulen herzustellen Wie teuer sind die? Können wir uns leisten? Ich lass die mal herstellen Ähm Ich bräuchte Platz Weiß jetzt nicht Ob ich dir sagen will Wofür Äh Wo bist denn du? Also Außer weg Ach Ich hab nichts zu trinken Und zu essen mitgenommen Yeah Ja Du läufst einfach weg Ohne was zu sagen Aber ja Ich wollte gucken Ob ich die kapern kann Aber irgendwie Äh Ja Oh Vielleicht hat er sie doch noch nicht ganz kaputt gemacht Ne Er hat mich kaputt gemacht Nein Oh boy Das ist ein Problem Das ist ein großes Problem Mein Zeug liegt da drüben Das Der Fighter liegt da drüben Und ich Äh Bin zu weit weg Äh Äh Kann ich Ich hör dich Der Fighter ist gerade vom Himmel gefallen Ich hab Etwas Dummes getan Warum Ich hör dich nicht Moment Die Q da ist kampfunfähig Äh Wenn ich näher komm Höre ich dich auch Jetzt bin ich da Oh boy Ja Die Q da hat das Äh Ding ins kaputt gemacht Ich leg dein Zeug mal in den Cargoncontainer hier rein Ja bitte Lass uns hier Das meist mögliche einsammeln Und äh Okay Das Teil hat wohl noch ne Waffe Ja Scheinbar Hatte Ne hat immer noch Okay der Fighter war einmal Ich würde sagen die Triebwerke Äh Äh Die Triebwerke und die Titanenplatten Und der Reaktor Ja Und die Munition die noch drin ist Ähm Nicht seitlich in die Cargoncontainer vom Miner werfen Okay Dann unten den Verbinder Wo die Q da steht Oder auch nicht Oh man Ich hab versehentlich den Schleudersitzknopf gedrückt Im Flug Äh Warum machst du denn sowas Gefettfingert Äh Äh was Irgendwer schießt auf mich Und du wohl auch Das macht mich fertig Ich hab so viel Arbeit in den Miner gesteckt Äh in den Fighter gesteckt Oh du bist schon wieder weg So Falls du mich Hören Na Ich wollte gerade sagen Falls du mich hören solltest Aber du fährst gerade her Ja ich hab uns einen Fahrbahnuntersatz besorgt Okay Hat ein paar Reparaturen nötig Ein paar ist gut Oh nein Was denn? Otz Viele Ja Ab zum Schiff Zum Beispiel sollten wir zurück Ich sollte mit dem Miner keine 100 Meter pro Sekunde fliegen Wenn er beladen ist Achja Ich kann dich mal wieder nicht hören Du hast keine Antenne dabei Jetzt sollte ich mich wieder hören Ja Jetzt solltest du mich wieder hören Indeed So Regeln Oh Die seitlichen Cargo Könnte ja noch ausladen Ja natürlich nicht alles da reingepasst hat Wo ich es gerne hätte Wieso sollte es auch Huch Huch Inwiefern? Ich komm hier noch nicht so auf den Die Kuh da drauf Wie ich das möchte Ah Okay Ähm Einen Schluck zu trinken Ähm Das Ähm Ich brauch von dir Ich hab vorhin mit dir gesprochen Obwohl du ja weggerannt bist Ohne mir was zu sagen Ups Ich brauch von dir Platz Platz? Mhm Für das denn? Ähm Einmal Platz am Schiff Nach unten Für einen Block Der 3x3x3 ist Mit einem Äh Port in der Mitte Und einen Vorwärts 3x3x3 Mit einem Port in der Mitte Okay Vertrau mir Es Hilft Ja Kann ich sofort machen Ich kann allerdings auch die Hydrazin-Triebwerke einfach rausreißen und ersitzen Durch was? Hm Ein bisschen stärkeres Äh Ja Das wäre tatsächlich der erste gewesen Dann werde ich das jetzt tun Mit vollem Inventar Selbstverständlich Okay Lift-Triebwerk Platziert Soll ich das Triebwerk vorwärts einfach mal Da platzieren Wo die oberen 6 Hydrazin-Triebwerke sind Ja nein Vielleicht Ich mag Kekse Ich dachte ich hätte dir geantwortet Äh Ja wenn es passt Ansonsten Äh Ziehst du es so weit raus Dass es passt Das kriege ich so hin Dass es passt Dann haben wir zumindest vorübergehend Das Vorwärts Das müssen wir wahrscheinlich noch umpositionieren Und die hoch Wollte ich eigentlich zwei kleinere Triebwerke bauen Nur Äh Da brauchen wir Müssen wir die Unterseite des Schiffs ein bisschen umbauen dafür Okay Weil die sind Äh Vom Maß her Also von ihrer Base Sind die zweimal zwei Okay Und wenn wir das so machen Sieht das dann Merkwürdig aus Nur so ein bisschen Korrekt Bin ich jetzt Oh Wir haben doch da ein Schweißgerät stehen Das heißt Ich muss eigentlich nur da hochkommen Die Hydrazin-Triebwerke wegreißen Ah ja Genau Da fängt es schon an Da hochkommen Nur da hochkommen Ja das Das ist möglich Ja ich weiß Wenn ich jetzt wüsste Wo hier mal die Antenne gewesen ist Könnte ich die ja ersetzen Aber irgendwer hatte ja nichts besseres zu tun Als sie einfach rauszusprengen Ähm Das Teil hat auf mich geschossen Dafür haben Can't place Nein Trotzdem schlecht Äh Moment Dann plane ich um Alles gut Ich kann umplanen Das ist das Triebwerk Halt weiter hinten Ja Jetzt benötige ich Teile Ey Ups Ich muss Ich wollte dir eigentlich Ah Rennen wir doch nicht in die Flex Schon wieder Ich bin gar nichts hingelaufen Warum rennst du mir immer in die Flex Ich hätte Ich wollte ihn gerade fertig schweißen Ich wollte das einfacher machen Okay Dann positioniere ich ihn halt nochmal um Nee Achso Au Das war laut Das kommt vor bei den Triebwerken Ja Ich hab da ein bisschen Was gemacht Äh Es ist großartiges Wetter Nicht Ja Ist richtig Ich werde so nicht weiterfliegen Ja Verstehe ich Die Aussicht ist Äh Enorm Großartig Mega Der Hammer Jep Jep Ich leg mich ne Weile hin Weck mich wenn das Wetter rum ist Ich versuch's Mach nix kaputt Solange ich penne Auch das versuche ich Lose Geom weick die wir auch оре Eine Wir har